Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Star Models. Ja, ich laufe erstmal zu der nächsten Mission, weil ich alles verloren habe gerade. Also, oh ja, die nächste Mission, oh Mann ey. Ja, die nächste Mission, also, wir machen das weiter, wie, ja, was wir da beim letzten Mal gemacht haben, nämlich wir haben das letzte Mal eine Bank ausgecheckt, also uns umgeguckt dort und auch noch den Alarm ausgelöst und ja, mal gucken, wie es weitergeht mit der Trevor-Mission. Oder wer hier drin ist. So, ein Tag geht jetzt erstmal durch, also schweig. Hey Jimmy, es ist dein Vater. Hör, hör, wenn du das bekommst, kannst du mir einen Ring? Sag dir deine Mutter auch, bitte? Und Tracy. Bitte, Junge. Dein Vater ist ein schlechter Junge. Bitte, Junge. Willst du einen Sniff? Was ist denn mit dir passiert? Oh, Alter. Jetzt, wie ich es sehe, dieses Land wurde von und für Gasolinen gebaut. So, ich versuche, meine Patriotik-Duty, bei, you know, doing this stuff. Oh, Mann. Es ist günstig, aber es ist gut. Gasolina? Nein. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, du willst ein Bier? Oh, shit, ich bin sorry, ich habe keine Lowe-Car. Ah, fuck you. Ah. So, where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah. You know, there's more to this gig than just going crazy all the time. Killing everyone in sight. Just because I like the life, and you feel guilty about it, doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit. That's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance. Balance? You gone. Man, ten years in the sun. Your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So, Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're going to stop being an asshole? I don't know. But I'll try. Well, that, I like your honesty on. I, uh, spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low? Out here, by calling L.S. and inviting a known accomplice of ours? You know what? To come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. You're so typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving. Huh? I might die. I hope you're happy. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. Nothing else to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it. Don't stay out too late. Hm. Hm. Ich hoffe, dass er wirklich nicht nahe hat. Gut. Begebt dich zu Franklins Aufenthaltsort. Und der wäre. Oh. So what is Franklin doing for you anyway? He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Oh. Ich habe nichts getan und trotzdem passiert das einfach so. Oh nein, die Konvois. Ja. Wer sind diese Typen? Muss man die töten oder? Ja. Nur. Weil die Arten wird meistens abgekriegt. Es ist zu viele von ihnen. Hey, man. Ich und Chop und diese Punkten. Wir kommen nach W.H. North of Chumann. All right. All right. The O'Neill brothers are coming to us. Ich glaube, sie sind zu einem Anti-Tank-Rockers in deinem Vespucci-Gondo. Wenn ein von deinen Rummieds sagten sie, dass du weg bist. Okay. Also, wenn du auf der W.H., das bedeutet, du kommst durch Ratton Canyon. Right? Shit, ich glaube. Gut. Ich und MT. Wir nehmen die Kompany Chomper und treffen dich dort. Kompany Chomper, Ja, Michael. Es ist ein Tax-Rite-Off. Frank, bist du da? Ja. Ich bin nur überholt auf die Straße. Wir nehmen die Kompany Chomper und wir gehen dich auf. Deal mit diesen Business-Stealing-Pricks auf die Straße. Ey, Dauw. Kannst du, wie, es geht auf die Straße? Weil diese Kompany Chomper ist weg. Wir sind fünf Minuten weg von der Kompany Chomper. All right. Elk in die Straße! Oh, fuck! Oh! Alter! Tja! So kann's kommen. So kann's kommen. Geh zum Auto. Alter, ist aber weit geflohen. Oh nein, wie lange geht's so tief. Oh, shit! You there? There was a deer in the road, man! These motherfuckers crashed out! They crashed! They dead? No, they gone! They ran into the fucking woods, man! I need air support, like white fucking man! Okay. Luft- und Unterstützung ist unterwegs. Ach, komm schon. Wie geht die zum Flugplatz? Let's go, dann fliegen wir mal gleich. Incoming? Man, you're all business! Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me and they know we're back in the sandy shore, so... Here she is, the Biz-Heli. Remember, she ain't mine, she's the Kompany's. Okay. Was steht da? Wer gibt dich zum Wald? Also, wo die O'Neill-Brüder sind. Mal gucken... Wieso? Warum sind diese Leute, die O'Neills, wollen dich tot? Es war ein Deal! Ein Kontrakt, um alle Kontrakt. Ein ernstes Multinationals. Ich war so nah! Und sie haben mich ausgelöst. Oh, hol-hold up! Wenn sie dein Geschäft verbringst, warum wollen sie dich tot? Waaah! Was mit all den Fragen? Kannst du einfach mal auf meine Seite für einmal? Ja, ich komme auch für den Weg, nicht? Ja! Ja, aber ich sensche dein Herz nicht in es. Ja, ich bin glücklich mein Herz nicht in eine PIE auf deiner Küche. Always mit den Quipps! Du bist so deprimierend. Oh, poor Trevor! Ich bin entschuldigt, ich bin ein Mensch, mit Gedanken und Gefühlen und Emotionen. Waaat ein Moment! Ich erinnere mich diesen Knopper! Wir benutzen das für den IAA-Bülding! Du hast ihn von der FIT stolen? Nicht so! Ich habe ihn in lieu von Payment. Es gab ein Riffle an Bord, auch. Also, wenn deine Panties nicht alle in eine gewaltt über die Stolen-Office-Supplies... Hey, hey, hey! We're here on the ground! Them Higg-Dules in the woods! Okay, ich habe meine Ansicht. Wo sind diese Typen? Da ist einer! Da ist schon der nächste! Waaat! Ist er jetzt aus? Ja! So, mal cool! Ah, da ist einer! Hä? Ist er jetzt einfach schwunden? Egal! Oh! Links ziehen! Ah, da ist schon der... Nein, das ist ein Team! Oh mein Gott! Los, Fonni! Ja, ich folgen Schauke, let's go! Ja, das tue ich! Ja, das tue ich! Ja, aber ich taue unter! Na, komm! Tschau! Wo kommt das her? Mann, wo ist dieser O'Neill-Bruder? Der Herr in Finn, warte mal jetzt! Aha! Na komm, Schauke! Rennen! Den nicht! Alter! Schauke, streng schon mal an! Boom! Oh! Mist! Ups! Das weiß ich nicht, ich wollte ihn endlich schlagen! Gut, zurück zu Trapper! Ja! Jetzt haben wir mit Frank allein natürlich! Das tue ich ganz schnell! Ich bin nicht! Ja! Wir sollten jemanden auch fragen, dass wir dich zu töten? Oh! Ja! Ja, da sind einige Bikern, die Chine, Madrezos, und was auch immer! Schauke! 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 Flutplatz! Okay, jetzt beginnen wir uns anscheinend zurück zum Flutplatz! Ja! Das war's von mir, ich hab auch mir geholfen, nicht? Oh, ja! Du kannst eine Rennstrecke, aber du kannst nicht aus dem korrigierten, metalen Schrapp. Also, wie geht's euch? Na, wir sind live! Hey! Gute Arbeit da unten! Ich bin derjenige, der sagt, danke, dass er mir hilft! Danke, Franklin! Ja, das ist cool! Und danke, Chop! Hey! Willst du uns genau sagen, was wir mit Hilfe waren? Ich weiß, du sagst, dass ihr ein paar Business aber das wirklich nicht erklären, warum sie dich haben wollen! Oh! Ich weiß nicht, was passiert, nachdem sie verraten das Konzert? Nein! Du hast nicht! Ich ging auf ihre Farbe, und dann habe ich ihn verraten, und dann habe ich ihn verraten. Killed viele von ihnen? Ja! Ich glaube, das war Elwood, Walton und Wynn und Wynn, die wir verraten. Ich verraten Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalvin, Dawn, und ein paar andere Leute, als ich verraten habe. Also, vielleicht ist das ein bisschen eine Revenge-Sache. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, dass ich die falsche Partie hier bin. Ja! Du bist definitiv die falsche Partie. Ich hoffe, wir sehen uns. Hier geht's! Ich ziehe sie runter! So, jetzt sind wir alles zu tun. Ich weiß nicht. Danke schön, Franklin. Danke schön, Charlie. Danke schön, Charlie. Danke schön. Danke schön. Hey, Trev, man. We're gonna borrow this from here back to town. Come on, Michael. I dropped your ass off on the way back. Good job. Get in. Stay back to Captain Phillips, Mike! Yeah, thanks for the warning. Hehehe. 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 Oh, speichern hier. So, das war wieder eine weitere Mission. Raubt diesmal eine... Die raubt die Mission natürlich. Ja, mit 63% abgeschlossen und selber bekommen. nochmal so. Das ist alles, was wir gemacht haben. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.